Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Comcast Pocket Tales. Ja, äh, im letzten Fall haben wir Welt 2 abgeschlossen und suchen jetzt Welt 3 auf. Wir haben auch übrigens die Tauchermaske jetzt hier. Und können jetzt in tiefes Wasser gehen. Das hier ist allerdings kein tiefes Wasser. Au. Jetzt sind wir im tiefen Wasser und hier kann ich tauchen. So, da haben wir ein rotes Geschenk. Spezielle Geschenke erhöhen das Endergebnis. Sehr schön. Habe ich mir doch gedacht. Die roten Geschenke bekommen wir erst einmal irgendwo, also bekommen wir erst dann später. Komm, hier in diesem Meer muss doch was sein. Da. Ach Gott, was ist das denn? Wo bin ich denn hier? Du brauchst 24 Geschenke, um... Ach, das hier ist die nächste Welt! Okay. Ja, Freunde, das ist dann wohl die nächste Welt hier irgendwie. Da ist bestimmt ein rotes Geschenk hinter. Och ne, wir können doch nicht dreimal hintereinander sterben. Wir sind im letzten Padest zweimal gestorben. Warum haben wir denn immer nur noch ein Leben? Wir hatten mal 19 Stück. Gut. Let's go. Kleinen Moment mal. Ich kann nicht Pause drücken, verdammt. Dann geh mal kurz an Land. So. 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 Hält doch nicht stehen, Mensch! Gut. Was ist das denn? Heuballen? Einzelt. Sind wir hier im Zirkus, oder was? Gewönt ihr dieses Spiel, werde ich euch mit dem schönen Gegenstand belohnen. Ach, schon wieder. Schieß doch, sieh noch ab. Hä? Wie bitte? Das war nicht gut. Mach nochmal. Ja, ja. Gut. Grab noch so geschafft. Äh, nie sah ich ein solches Talent. Natürlich. Hab ich dieses Spiel schon oft gespielt. Nehm diesen Gegenstand als Belohnung. Upsala. Sicher könnt ihr damit etwas anfangen. Hier ist auch frische Energie. Danke sehr. Hör, was ist das denn? Hey, was war das? Was ist das? Ich hör das sehen. Irgendwas Goldenes. Keine Ahnung. Ich hörte, in der Burg sei eine Fackel versteckt. Was für eine Fackel? Ich glaub, ich sollte mal nicht so rennen. Hier ist noch einer. Hallo? Nee, da ist keiner. Aber wenigstens Energie. So. Da ist ja noch eins. Hallo? Okay. Es handelt sich also um eine Burg, die irgendwie... Ja, Gott, hier wohnen ja alle. Ihr wollt das wagen? Zahlt mit dem Plätzchen in Objekt, das ihr dort gefunden habt. Das Spiel ist ganz einfach. Ich verstecke die Erbse unter einer Tasse. Okay. Das ist die. Ja. Äh, es ist die hier. Äh, es ist die hier. Jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Äh, es ist die hier. Da kommt mehr an. Hab ich es geschafft, oder? Ich hab das Spiel gewonnen. Okay, Gott sei Dank. Ich hab mich das letzte falsch getippt, also, weil wir zweimal vorhin richtig hatten. Äh, der Pfad ist nun geöffnet. Der Pfad. Ich finde den Burgschlüssel. Okay. Aber welchen Pfad hat er gesagt? Kann ich denn diese Schlangen wirklich nicht zerstören? Das ist eine Burg. Der ist lila. Der Typ macht mir Angst. Ich kann da gar nicht lang. Kann ich denn da? Okay. Hier war ich doch schon drin, oder? Also, ich glaub, da oben, das ist irgendwie die Burg. Da waren wir aber noch nicht drin. Ha! Da ist ne Schlange, da ist die Burg. Wie komm ich denn da rein? Hä? Krähenfestung. Gefahr. Hier fehlt der passende Schlüssel. Krähenfestung? Okay. Also, es ist schon nicht die letzte... Oh, ich hab's schon nicht gesehen. Also, es ist schon nicht die letzte Welt, diese, ähm, Aztekendings da. Ich hab nur noch ein Leben. Vier. Bei mir sind vier eins. Da ist so ein Geschenk. Geh da rein. Speichern. Danke sehr. Guten Tag. Meinen Gruß. Mit diesem Schlüssel könnt ihr nun die alte Burg betreten. Danke sehr. Und ein Geschenk. Ich will gar nicht wissen, wie's in der Burg aussieht. Komm, ich komm, ich da auch irgendwie rein? Hey. Achso, das ist da unten. Die Krähenfestung. Okay. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Was ist das hier? Jetzt bin ich oben drauf. Okay. Ha! Was ist das denn? Eine Hexe? Muss ich das Ding einfach nur treffen? Ah! Also, was ist es mal nicht? Ach, verdammt. Ich kann nicht mal speichern. Okay. Noch vier Geschenke? Oh, ich glaub, die Welt hier ist ein bisschen kleiner. Das Viech attackiert mich doch. Ich hab's gewusst. Alter, kann man das denn überhaupt zerstören? Geh weg. Ich hab nur noch ein Leben. Komm ich da rüber? Nee. Okay. Also, wir können nicht darüber springen. Ach, da war doch die Hexe. Der Stuhl. Kann ich da nicht rein? Ach, das kann ich nicht zerstören. Ein Leben. Sonst nix. Na gut. Das hindert mich ein bisschen an Grundhildas Reich, muss ich grad sagen. Wegen der Musik. Da, 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 da. Hä? Ich muss darüber. Ich hab's gewusst, man kommt da lang. Aber mein Solltest normalerweise nicht. Au! Jetzt bin ich wieder draußen. Ah, ein Papier. Deine Bewertung. Nati. Vorwager. Ja. Ja. Ich hab nur noch ein Leben. Ich spiel mit Biss. Okay. Ich will da nicht rüber. Aber ich muss. Oh, heiß. Nein. Nein. Ach, verdammt, ey. Hä? Aber warum? Ich hab doch da gerade abgespeichert. Warum? Ich sta... Waa... Okay. Das ist ja klar. Nee, nee. Nee. Der Weg ist versperrt, das sehe ich selbst. Ach ne, schon wieder eine Hexe. Okay, aber ich glaube, ich weiß jetzt so langsam, wie die funktioniert. Gut, ist das doch einfacher, als ich gedacht habe. So, wir haben ein weiteres Geschenk. 21. Fehlen also jetzt nur noch 3. Nein! So, kommt schon. Was ist das denn? Ein Zauberer oder ein Teufel oder eine Hexe? Ach, keine Ahnung. So, gut. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Oh, ein Abgrund. Okay, hallo? Ach so. Nein! Ich hätte doch einfach durchlatschen können. Ich glaube, ich sollte hier irgendwie gar nicht hin. Oh, ich glaube doch. Aber irgendwie auch nicht. Was ist das denn? Ach, ne. Das sind wir wieder, liebe Freunde. So, gehen wir halt jetzt als erstes mal hier rein. Ganz toll. Also müssen wir nach unten. Heu, heu, heu. und nicht so. Oh, ich mache mich. Und so. Und dann wurde ich mich, Danke, damit ich mich. Also gehen wir bitte. Und dann war's noch mehr. Und dann war's mir, dass ich mich. Und dann war's mir. Und dann war's mir. Und dann war's mir wieder. Und dann haben wir das auch mal hier. Und jetzt war's mir auch noch nicht, ist mir auch mal, dass ich nicht so viele Drogen. Und dann war's mir dann wieder vorbei. Was machst du denn da? Ha! Das Ding hab ich gleich gesehen! Speichern, ja? So, ähm... Nein, verdammt! Zurück! Reiner, hallo? Ach, das Schwert! Reiner, Mensch! So, okay, die Hexe ist wieder da. Jetzt als Part-Ende passt das doch! Wunderbar! Ha! Das wirft du mit Messern hier! Ja, also die Hexe ist eigentlich einfach! Da ist er tot! Ein weiteres Geschenk! Das haben wir gleich auch schon! 24! Ja, noch zwei Stück! Ich sag jetzt mal noch eins! Und dann kommt schon der Boss! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hat das was gebracht? Geht er durch mit? Ach, nö! Ein Schalter! Hallo? Was macht er denn? Ich weiß noch gar nicht, was er macht! Wo muss ich denn jetzt hier hin? Weder hoch? Nee! Hier war ja die Hexe! Ach, was ist das? Ach nee, das Messer! Das Messer! Hau ab! Ach, natürlich! Ach ja! Ach ja! Für hier war das, ne? Au! Ach! Was ist das denn jetzt hier? Natürlich! Schon wieder dieser Schleimhaufen! Geht doch nach oben! Geht doch nach oben, Mensch! Ha! Nee! Oh oh! Das Vieh schießt! Ich kann doch da durch! Oh oh! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Oh mein Gott! Oh! Natürlich! Ich war aber da als der Endkampf! Also nicht der Endkampf, sondern der Kampf dieses... Ach nee! Dieses Levels... Okay Freunde, rein noch! Okay, dann halt nicht! Renn! Einfach renn! 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 Ha! Was ist das denn? Renn! 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 Es hat uns nicht getroffen! Ähm... Nein! Was machst du denn da? Renn! 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 Hehehehe! Wo sind wir hier?! Hier war ich doch schon, bestimmt! Ich hab 23 Geschenke, mir fehlt noch No1! Ja? Renn! das ist das okay da ist der finale kann ich speichern noch mal los geht's oder doch nicht hätte hier nicht der finale kampf ist wo sie denn sonst da war das doch nicht da oben das ding ist wo ist noch mal diese türen das ist hier jetzt hier auch nicht ich weiß es nicht auch wo ist denn jetzt dieser kampf wo ist denn diese türen wirklich geht doch da ist keine tür freunde wir sehen uns das nächste mal wieder schau kein bock mehr tschüss